Hallo Leute, wir sind wieder zurück. Mein Name ist Lazar. Mein Name ist Lena. Wir testen heute neue Süßigkeiten. Let's go! Hier haben wir jetzt Erdbeer, Blaubeeren, Oreo. Die haben wir vom Asiamarkt gekauft. Jetzt probieren die wir mal. Die schmeckt nach gar nichts. Ja. 2 von 2. 2 von 10. 4 von 10. 6 von 10. Es schmeckt immer süßer und süßer. 6 von 10. Jetzt probieren wir Sauvage Watermelon. Let's go! Let's go! Sauber, aber lecker. Ja. Ich schätze, ist es jetzt nicht so lecker. Aber... 7,6. 6,5. Jetzt probieren wir Sour Patch Original. Sour than sweet. Hier? Hier? Boah! Mmmh! Boah! Sauber! Boah! Ich probier mal Gelb! Okay. Was für meine Farben? Geld? Der ist sicher am sauersten. Boah! Keine heiße Zitrone. Uh! Boah! Sauer! Mein Gott, sauer! Das Orange ist 8 von 10. Zitrone. Ähm... Zitrone. Ähm... 7,8. Mmmh... Blau... 1,5. 8,5. 1,5. 1,5. 1,5. Also hier haben wir jetzt Nassiba von Squid Games. Käse. Es gab auch Schokolade, aber wir wollten was bessere. Und... Äh... Jetzt... Jetzt probieren wir es halt. Ne? Geschafft! Äh... Wollen wir zuerst die? Oh! Geschafft? Ja! Ja! Warte, lass uns zuerst die essen. Oh mein Gott! Schmeckt voll lecker! Mhm. Ich will noch eins machen. Boah! Ey, voll geil! Mmmh! Mech! Also wirklich, das was ich geschnitten habe, 9 von 10 und das da, 10 von 10. Ich finde 9 von 10 und 10 von 10. Jetzt probieren wir Warhead Sour Peach. Ich hab Peach Soda und du? Ich hab Kirschensour. Ich hab's nicht sauer. Also hier schaut's so aus. Ja. Drei. Ist nicht sauer. Mh! 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 Schmeckt nach Zitrone. Mh! 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 Oha! Schmeckt nach richtiger Zitrone. Mh! 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 Warte, wo ist dieses Teil da? Ach so! Warte, pass auf. Okay, ach so jetzt. Oh! Boah! Glück gehabt! Ey, schaut richtig lecker aus. Ich dachte, dass dieses Teil da jetzt so rauf kommt, deswegen habe ich das benutzt. Ja! Jetzt probieren wir es. Oha! Boah! Mh, voll geil! Es ist einfach Wassermelone. Mh, ich will noch mal! Hä, da ist ein Ball! Fußball! Zehn von Zehn! Ah! Ich krieg mal nicht draus! Sag du! Elf von Elf! Ja, geil! Du bist auch Elf von Zehn, nicht Elf von Elf! Elf von Zehn! Mh! Piri! Wir essen jetzt Instant Rice Cake! Es ist einfach so gross, wie drum spielig im Eat! Pine Rei! Das ist super Jetzt, 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 aber voll geil, richtig geil, 12 von 6, 12 von 6, voll geil, 12 von 10 musst du auch sagen, immer mit von 10. Also, ich gebe es eine richtig geile, 10 von 10, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, bleibt gesund, tschüss.